so glücksis erstes babychen ja ich glaube es kommt wieder eins dann mache ich jetzt mal aus damit ich mich um glücksi kümmern kann ja guckt doch mal es ist auch ein kleines glückskätzchen wie die kleine glücksi oh nein ist das süß das hat sie so toll gemacht die glücksi dabei hat sie stundenlang hatten wir wehen das ging heute schon um halb zehn oder noch ein bisschen eher los bis eben jetzt ist es viertel vor fünf also zehn nach halb sieben nach halb kam das erste babychen ja das ist auch ein glückskätzchen cool na ich zeige euch immer wie die ich werde gucken was noch weiter passiert glücksi das hast du toll gemacht ja gut ich kümmere mich jetzt erst mal wieder meine katze ein kühlein ein ein das ist das passt ihm aber gar nicht ja will nicht angefasst werden hier ein fettig ein klöpschen und zwei kleine hier diese so klein und da vorne liegt eine kleine glückskuh wo ist die ich sehe hintern direkt vor mir die hier ja die ist ja auch ganz süß das war das erste das kam als erstes raus hier oh ist das süß und zwei kleine streifte die sind ja so süß ich glaube der größte ist der ne oder die kriegen glaube ich alle lange haare wie 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 wann wir sind die kleine schwarz weiße kuh auf jeden fall die hat nämlich unter den augen schon so lange weiße haare und die auch die hat auch schon lange die hat die kriegen die sind ja jetzt schon so seidenweich die krieg auch so ein schönes feld wie glücksi das ist auch ein putzel das sind alles putzels und sie sind so müde ich glaube das ist das kleinste das ist bestimmt ein kleines mädchen der ist ja auch so süß hier guck mal die kriegen alle lange haare so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020